Jetzt geht es Los Mit dem Video Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Kinder, gleich kommen die Sonnenbrauts vorbei und wir gehen ins Schwimmbad Okay, da freuen wir uns. Danke Mama Gerne. Wir treffen uns im Schwimmbad. Familie, kommt ihr? Ja, wir kommen Wir sehen uns im Spiel. Kinder, schaut mal. Da sind die Schmuckkörbchen. Hallo Paula und Familie, lasst uns ins Wasser gehen. Ja Alma, das ist eine super Idee. Wir kommen. Jetzt gehen wir alle duschen. Genau Kumpel und dann gehen wir ins Wasser. Ich mache jetzt eine Arschbombe vom 3 Meter Brett. Ich mache einen normalen Sprung vom 3er. Ich rutsche lieber. Ich rutsche auch einfach nur runter ins Wasser. Ich nehme Anlauf und springe dann vom 3er. Ich mache ein Salto vom 3er. Ich mache ebenfalls ein Salto vom 3er Kumpel. Ich gehe mit Bob ins Wasser und gehe es ruhig an. Das gleiche wie Paula mache ich auch mit Jan, Leonie und Amelie. Ich rutsche auch lieber. Das Sprungbrett ist mir zu hoch. Judith, warum hast du so viel Kuchen dabei? Weil Lena heute Geburtstag hat. Echt? Echt? Dann müssen wir ihr gleich was singen. Lena, ich habe gehört, dass du heute Geburtstag hast. Ja, jetzt bin ich schon 13 Jahre alt. Alles Gute, Lena, auch von Holle und Lukas. Alles Gute, auch von mir. Ja, alles, alles Gute, Cousine. Alles Gute, auch von mir, Lena. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Gerne. Ach, singen müssen wir noch für Lena. Stimmt, los. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lena. Happy Birthday to you. Danke, jetzt gibt es Kuchen. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Kuchen. Leonie, and Amelia, das war ja euer erstes Wort. Super. Lena. Happy Birthday to you. Hallo Paula, hier bin ich wieder mit Lenas Geschenk. Super, danke mein Schatz. Hier Lena, das ist von uns, bitteschön. Danke, die Tasche ist super, vielen Dank. Gerne. Das ist noch von uns, mein Schatz. Oh, danke Mama und Papa, der Fußball ist super. Das ist noch von Adrian und mir, bitteschön. Danke ihr beiden, die Handtasche ist super. Das war ein schöner Ausflug. Ja Paula, das stimmt. Tschüss Judith und Familie. Ja, tschüss zusammen. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ja schön, dass Lena heute Geburtstag hat. Und Leonie und Amelie ihr erstes Wort gesagt haben. Und der ganze Tag mit den Sonnenbrauts einfach nur schön war. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Und lasst uns ein Abo da. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.